Läuft alter Alter läuft alter Läuft 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 alter Gibt ihr eigentlich irgendwie so einen Fortschritt oder sowas? Wie viel Prozent wir vom Spiel schon erledigt haben die ne? Also nicht dass ich das jetzt langweilig finden würde aber Ja es wäre mal schön zu wissen wie weit wir wirklich sind Da gebe ich dir vollkommen recht Das war nett, dankeschön Eisdealer Das ist so nett von dir Und da haben wir auch die Nettigkeiten für heute erledigt Hallo TG Na Pisser? Na du Hanswurst Und rate mal wer den Chat wieder gefunden hat Chat? Ich vermute Kai Nee Ja Achso, ach den Spielchat meinste Okay, das kann ja nur einer sein So, wollen wir anfangen? Ja Fläche mit Fusel, glaube ich Da hinten drin war es Fläche mit Fusel, achso genau, Flaschen mit Fusel Das ist wie so ein Suchding, ne? So, welches Lied? Ähm, äh Bettina Pack deine Brüste an Pack deine Brüste an Kennen wir das nicht, aber Egal Bettina, zieh dir bitte etwas an Also Brüste sind erlaubt Brüste ist erlaubt, nur Penis nicht Nur Penis, okay Ey Penis darf nicht gesagt werden Ey Fleischpatsche Fleischpatsche Holz in der Hose Fleischpaket So ein Rieben, ey Fleischpaket Jetzt holt er aber die großen Sachen aus Es packt er aber aus Da wird immer eine Kiste geöffnet Komm, suchen wir jetzt hier die Fuselflaschen? Nein Und Klo Dann müssten wir sowieso zum Diamant Aber ich guck mal, was unser Questlog sagt Was sagt denn unser Questlog? Weiß die, heißt die da, Double M Ja Was sagt denn unser Questlog? Was nimm er denn? Wir nehmen Schluck gegen den Kater Der Rest ist fightback, glaube ich Autoteile? Ach, Autoteile Die haben wir ja schon ein paar Stück von gewonnen Weißt du? Haben wir schon fast fertig Fast fertig? Ja, was brauchen wir noch? Zum Diamanten Zum Diamanten Dann führe uns, Double M Fuck, ihr Ich will jetzt voll Gradatte Gramate Ich habe eine Reise initiiert Oh, danke der Reise Ich freue mich Ich freue mich so Ich freue mich so Oh, Gegner Oh, Gegner Oh, noch mehr Gegner Alter, und die Wurde die Ding da oben Wer, wer, wer hat hier die Reise Nochmal an? Oh Ich wollte sie extra Ich habe sie extra abgebrochen Oh Alter, die Gatling da oben Die macht ja nur Ach, und du hast auch noch so'n Ja, ist nie nochmal Die Lupe hat, ich lege doch drüber Ich kämpfe schon um mein Leben hier Wo wird mich denn da angeschossen noch? Alter, ich kann nicht schießen Wir können ja nicht schießen, wenn ich mein Leben kämpfe hier Militoren alle? Nö Das Spiel ist doch kaputt Ist vorne Nein Ich kann doch kein E gedrückt Bin ich im Chat oder sowas? Ja, wahrscheinlich Bin ich nicht Ah, ich bin safe Ne, geht Hä? Was war das denn jetzt? Ein Bug Ein Bug? Ein weiterer Bug empfunden In Borderlands Ein Polter Bug Ich glaube, die Borderlands ist mit der Awesomeness meines Mauspids und dieser Tastatur Ich bin überfordert War zu schnell Ja War zu flutschig War zu glatt Alter, ich skripier am laufenden Band hier Heilungsgranate Liebe Liebe Ich hab natürlich nichts, nichts wirklich verbracht Ich bin ja schon wieder tot hier, ey 37, 4 Aufweg 5, 6 Boah, Alter So, ich hab mal den, die Gattling Das ist das noch alles Und nichts mehr Hast du die Energie aufgenommen? Ne Guck mal nicht Da oben laufen noch drei Da, wo Eisdealer ist, laufen noch drei Leute rum So, ich winke mal ab hier Und du machst den Eisdealer wieder heile Danke Mach den Eisdealer heile Ja Ja Yeah Ich bleib nur in Schwung erhalten Wum, wum, wum Wum, wum Das ist noch so ein Geschützturm Junge, junge, junge Vogel Das ist aber eine Reise mit Bombenstimmung hier Das ist halt einmal rückwärts jetzt in der Umweltschule Wo ist die denn? Oh, ich die habe im Auto gefunden Ein verrosteten Motor Da ist es, da ist es Ding, warte mal, ich schieße mal ein Travite von dir ist es Filt auch viel, ne? Und ich war an einem Fassbar Diese Scheuklappen Gucke Alter, ich bin drunter geplumpst Ich habe den gleich Ich habe den Ich habe die getroffen Super So, ich habe ihn jetzt Warte mal Warm Das ist ja gut Haben weggeschnippert Weggeschnippt Eins Weggeschnippt Zwei oder drei Oh, wir haben alles Abliefern Ui, Geld sammeln Money, money, money Money Ein bisschen Energie erstmal aufladen lassen hier 64, 65 Money Money, money, money Da sind auch noch zwei Ziel getroffen Aua Also die Sniper, die kann jetzt gut was Also die macht schon Vamps Da ist die Waffe, die wollte ich haben, so Ah, shit Oh, große Kiste Warte mal, wer seine Game-Aufnahme nicht aufhat Hm, warte, ich Habe so eine Vermutung Seine Game-Aufnahme nicht aufhat Ah, anhat Habe so eine Vermutung, warte Er fängt mit I an I Mit I Mh, mh Scheiß Komm ich nicht drauf Ah, verdammt Ah Mag es sein Wer mag es sein Ich kenne nur einen mit Ei Ah ne, wir dürfen ja nicht mehr Ja, oder Ja, oder Also es reimt sich, glaube ich, auf Schweißdealer Echt Ich komm nicht drauf Ah Was mag es sein Liebe netten Leute, die das sehen Alter Warte, ich rechte dich Warte, die nicht rechnen, bin ich mich wieder So, ja gut, oder so Ich rechte dich Alter Ich rechte dich Na, wegen wir jetzt schießen Im Sterben Stärke Yeah, danke schön Wachenkiste Hier ist schon oft hinter uns, ne, war eine Hier ist noch eine Eine Waffelkiste Mit Kirsch Äh, ne, nur Nur langweilige Munition Munition kann auch gut sein Nehmen wir doch mal hier Guck Granate nehmen wir auch noch mit Ich gucke mal auf die Map, wo wir abgefahren müssen Ich glaub, es ist guter Oh, ja Wir sind noch ein paar Meter Wir sind noch ein paar Meter Oder kann man ein Auto fahren Kann man ein Auto Vorhin, wenn wir uns auch vorhin ein Auto ziehen können, glaube ich, ne Ja, komm jetzt auch vorbei, glaube ich Sollen wir auf dich auf Eisdealer warten? Ja Wo seid ihr denn schon wieder? Nur so die Idee Achso, ja Mach dir mal, Rolf Okay, dann machen wir Komm, los Double, hast gehört, ne Wir sollen machen Erzähl, erzähl mir mal, wie das Ende dann Oh, mein Gott Wie kindisch, ey Oh, hier, Auto Autowaage Wer verkaufen ist, dass jeder kaufen muss Aber niemand verkauft werden will Nicht jeder hat ein Händchen fürs Verkaufen Du zum Beispiel Du hast es jetzt genau hin Warte, ich muss jetzt immer auf die Karte gucken Äh, links rum Okay Aber da ist noch ein Stern Was heißt ein Stern? Nochmal Brauchst du einen Partner, der sich mit dem Verkauf auskommt? Der heißt Übergang Okay Ja, schieb mich ruhig schon mal an Mein Thema Warst du Start-Hilfe, oder was? Ich glaube, ich bin hier richtig Äh, ne, V, ne? V wie verdammt schnell fahren Ja, ich bin da Hinten reingefahren Ja, ich bin da Ach, hat wer die Zeit im Blick, nee, ne? Ähm Ja Also nebenbei Oh Okay Ja Es geht hier nicht um die Halbzeit, Double M, ne? Ach, die? Oh Noch einer Woher ist der nicht geflogen? Jetzt kommen wir raus hier Oh Ich bin da Ja Ne XP Und der Auto kaputt Toll Das habe ich sogar gut gemacht, ne? Oh, ich könnte sogar mal leben hier Ich auch Super, sind wir schon zwei Komm, wir sind die Schlägerkirche mal kaputt Okay, wir hatten die kaputt gekriegt Ich nicht Aua Ich sterbe Hilfe Ich sterbe Ich auch Ich sterbe da ist er weg das war wirklich in die Fußruhe lecker eingestiegen auch gut nur ein Auto kann man nicht irgendwo noch eins holen weil er vorliegt die station auch nicht mal ja da wo wir die quest abgeben müssen also über diese ist ja quasi mehr eke ne ist okay ich geh zu fuß das klar nächsten mussten wo ist denn wo ist denn das abgültig so weit er ist nicht weit umlauf fahr 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 einfach es ist echt nicht weit ich muss erst mal gucken haut einfach ab ist so ist okay los jetzt fahr doch jetzt ist okay hier rein da ist auch schon da alter wenn der fahr aufstehen ganz schön gefährlich ist gut da back insel wie heißt das hier das hier uk ne ne scrapyard ja danke man mit diesen teilen werden die pumas wie geschmiert laufen jetzt muss sie als mit was egal sie sie für scooter nach tk baha oder bis zu den ohren haben auch noch öffne die zwei blockierten rohre in der sammelsstation von rust commons was nehmen wir denn was nehmen wir denn wo ist rust commons ist es hier ne es ist new haven wo ist denn hier rust commons nochmal ups das war falsch kann man sich nicht vorgesehen dass man die andere ähm man nehmen wir denn ja was wollen wir die rohre öffnen bevor wir zu tk baha zurück gehen ok die auto ne hier oh warte mal ohre wie heißt das denn warte mal schockristall ist für den ohren wo mussten wir nochmal hin nach rust commons west west wo ist denn das im westen im westen aber lokate im osten was das andere ist ok also wieder da hinzu wo er quasi hergekommen ist ne ist das richtig ja was war das sternchen nochmal ah ne das war der übergang warte wie hieß das denn nochmal das hieß das crazy earth's crap ne ne oder ja doch komm dann reisen wir da mal hin wo ist die das in einem menü ah ne ne reise oder oder autofahren ne schnell reise haben wir noch nie benutzt ja komm dann versuchen wir es mal crazy earth's crap yard weh das ist falsch ich garantiere für nix hat denn jemand auch eine aufgabe ausgewählt ja der double mission rohrfrei mission rohrfrei 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 und ruhe ok guck wie schnell das ging ja war voll schnelle reise warum sind wir eigentlich mit rote gefahren wir müssen wieder auf die andere wir sind zu weit hä ist doch richtig oder nicht der Mann zeigt hier hin ja hä 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 ja es hat bestimmt direkt vor der Tür so rohre wo was kommen es jetzt sind bestimmt die Gegners und die äh äh ja natürlich natürlich was denkst du denn dass die geschütztürme und die Gegners wieder da sind ey ne voll nicht ey doch aber ein Gegner kleiner ey wir sind doch hier voll aufgelevelt jetzt guck mal hier liegt sowas rum was ist denn hier rum ein Guerilla Schild die nubben wir weg ach ich hätte vielleicht was verkaufen sollen vielleicht mal jetzt beim letzten Automaten ja ich bin auch rant voll mhm das wäre eine gute Idee beim nächsten Mal das zu machen guck wo wir jetzt hin müssen jetzt müssen wir wieder zurück ne hoch ne ja da wo wir vorhin her kam echt jetzt mal so warte zurück guck mal nein das ist nicht nein 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 ein bisschen weiter weg ist es schon ok ich könnte mal Auto Auto nehmen wir nehmen Auto wartein fahren verwirrt Auto 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 so wo müssen wir jetzt hin warte mal nur mal kurz Karte checken so au au ja ok kurz Karte checken und dann werde ich hier sofort wieder weggeholzt äh da hoch oh oh Vögelz 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 war nicht Vögelz äh äh lag ach hier oben wa ja ja hier oben drauf oder so ach wo den Käfer irgendwo hier auf jeden Fall gar nicht so weit weg oh warte ist es ich hätte vielleicht im Auto bleiben sollen sie hätten ein Eichhörchen kaufen sollen fall um fall um gegnaß ich glaub ich bin hier oh ich bin hier für A ha 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 alter 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 fall um fall um fall um fall um fall um man ey neue Stärke yeah das war knapp oh Eisdealer was du denn da oh Eisdealer oh Eisdealer zu verprügeln von Schläger oh Eisdealer schon weg Entschuldigung oh Gott da war ich zu langsam da war ich eindeutig zu langsam ne ich habe es für sie noch nie gedrückt wir sind ganz viele Gegner du bist was ich hab dir gerade Energie eingesammelt was soll das denn ich bin glaub ich falsch äh es war quasi um die Ecke wo wir waren ja äh ich glaub ich bin woanders um die Ecke ach na die andere Ecke komm 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 blatt nach blatt nach blatt nach shit ey mann ich such euch mal scheiße wo fährt da denn Eisdealer fährt ja Eisdealer fährt nicht doch Eisdealer fährt ich vermiet ha 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 ach da seid ihr so und hier äh wo bist du da unten ist er da ist er und der ist auch schon ganz richtig da müssen wir hin da 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 wo ich ihn schieße da müssen wir hin ey scheißvieh aber irgendwo musste doch einer rumrennen aber der dürfte nichts mehr haben der gar nix hat er es rennen sogar zwei rum ich bin natürlich gerade passend ausgestiegen alter fahr mich doch auch nicht um hier da sind noch zwei ne ein kleiner die kleinen können ja nix da sind ja los voll um komm fast nix mehr jawoll soo ja mann das ist noch einer hier kiste munition oh kisten munition 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 also das was wir nicht brauchen was wir nicht brauchen was wir nicht brauchen haben oder nicht haben man kann sagen besser als viel munition ist noch mehr munition ja 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 einfach nur rein schießen einfach nur rein schießen du kannst du kannst auch ein penis ne naja darf man ja nicht mehr der penis darfst du ruhig nach der hinten leuchtest oder ne der leuchtest in der spohr schießen aus der kiste wow huiii knifften so und jetzt läuft die super hier raus der gtn 2.0 zz solid skull master lässt die schädel brummen das sieht eine waffe für den double m aus wo wo äh ganz oben einmal die anderen treppen hoch oh wo ich deine gefunden in die figur gefunden oder sowas ich kann sie leider nicht mitbringen sonst würde ich das machen warte mal aber ich hab bin leider voll ich ich zwar mit blödsinn aber aber voll mhm und ich würde gerne die waffen wegschmeißen aber ich schmeiße dann immer die waffen weg die ich gerade aktiv habe das ist voll doof anstatt die waffen weg zu schmeißen die ich da ausgewählt habe ich schmeiße dann immer die waffen weg die ich wirklich da gerade nutze so sicher auch gegen ein trikot ah rechte maustaste wawoo rechte maustaste rechte maustaste wegwerfen toll ich dachte mit leertaste ja weil es unten steht aber rechte maustaste geht super ok ah ah kannst du sogar screenshot speichern ok hui screenshot so jetzt hast du was hast du jetzt weggeworfen sorry sieht aber sehr groß aus du oh hast jetzt die eine da genommen der dieser brummkopf da ja ne hast du ja aber ich komm nicht mit die andere mit so hab ja jetzt platz jetzt bin ich die restlich oh warte mal sind das die waffen die wir alle weggeschmissen haben hier äh da soll man keinen kreis bilden jetzt schon so echt ist schon so spät ja ist es wirklich schon so spät ja dann müssen wir doch hier einen kreis bilden dann komm kreis bilden wo sind denn die rohre die am siffen sind ah genau können wir mal ein bisschen duschen komm wir duschen jetzt unter den rohren so unter dem rohr unter dem rohr unter dem rohr ah das ist erfrischend ih auch so richtig lecker aus hier mhm ah toll wir können die dps 황n die alten männer machen jetzt so ne kur bad schlammpackung und würde sagen bis zum nächsten mal eine dirholpackung haha tschüss Tschö Dschö 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 oh mein Gott snapped Untertitelung des ZDF, 2020